Ich weine in der Dusche und teste die Reaktion meines Freundes. Hallo, was ist los? Was ist passiert? Hallo, ist alles gut? Ich bin bei dir. Oh, schreibe, ich kann ja auch noch was ist passiert, was ist passiert? Alles gut, alles gut, ich bin bei dir. Du kannst mit mir über alles reden, was ist passiert? Was passiert? Hallo, alles ist gut. Was ist passiert? Ich wollte erst mal ein Handtuch hier. Was ist denn passiert? Was machst du denn? Was ist denn passiert? Was ist denn so süß? Wo ist denn bei dir? Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr, aber weißt du, was ist passiert? Ist alles okay? Okay, jetzt kommen wir erst mal hier raus, dann können wir gleich reden. Oh.